Laufst du das Band? Ja, ja, das. Dann losjön. Dag, Hermann. Dag, Carolin. Dag, leflugschutz und ungerwes. Schön, dass du da sitzt. Hermann, hast du eigentlich schön gefährt? Was sagst du, schön gefährt? Also, Vierer kann man das eigentlich nicht nennen. Ob mal Lorte, Vierer, was soll das? Wie, ob mal Lorte? Da ist doch ein Ofens Zoo und es nagt sich recht. Ja, du Schlaumeier, ich war ja auch nicht in der Nahe. Was spricht denn hier von der Nahe? Ja, wann du halt am Nommedag mit dem Vierer anfängst, da ist es doch noch ja nicht düster und gruselig ist es dann auch nicht, auch wann es mal Lorte ist. Ja, warum soll ich da nackst? Ja, du, irgendwie im Jerusalie, ich verstand dich nicht. Und was geht das dann überhaupt? Ich dachte, es ging mal Lorte. Ja, ja, das. Es geht um Halloween. Ach, Halloween. Ja, dann sagt das doch direkt. Ja, was hast du dann gedacht? Ja, ich hab an allerheiligen gedacht. Woran sonst, wenn ich auf mal Lorte bin? Ja, also da haben wir ein Problem. Du hast direkt an allerheiligen gedacht. Ich bin ja auch alt genug, da dran zu denken. Aber Halloween war ja wirklich richtig viel los. Ja, also mir sagt Halloween überhaupt nichts. Das Jahr wird früher überhaupt nicht. Ja, ich bin ja alle Mann. Aber wo kommt das eigentlich her, das Halloween? Früher, ja, wird allerheiligen. Da ist man auf der Kirche aufgegangen. Und noch mal, das versteht sich. Aber Halloween hast du noch nie gehört. Früher versteht sich. Das hätte sich ja echt geändert. Also nördlich hätte mir eine Junge gezahlt. Sie hätten der Dach, der vier Dach allerheilige bloß in ihr vort, damit man sich von Halloween ein bisschen resten könnte. Auch weil das geht aber wie hören. Was für Gespenster sollen das überhaupt sind? Also, es geht ja nicht zusammenhang von dem Namen. Halloween ist eigentlich so abgekürzt. Das hie ich eigentlich All Hallows Eve. Das hie ich also praktisch dafür offen von allerheiligen. Und das ist ja dann auch, vielleicht war das ein bisschen ein Folklore-Date. Das ist doch keine Grundlück, verschreckt zu machen. Und Massewies, Gespenster, Düvele und so. Und Hexen. Und ja, ohne Hexen auf die Straße zu schicken. Ne, natürlich nicht. Ich leufe auch, dass das so richtig so im Obwind ist, kann man sagen. Das hängt auch damit zusammen, dass Jans viel Lüge in der Wirtschaft damit verdienen. Also, die die Kostüme machen und für zu essen und für zu trinken und lüge die dann noch übernachten. Also, da kann man viel Geld mit verdienen. Und außerdem, ich meine, wo er in so einer Jähne läuft, der kann ja nichts dafür, wo er keine Fasten Läuven gibt. Und wenn er Theater spielt, er wird sich ja ein Verkleideteit. Der hat doch hier eine Möglichkeit, das zu machen. Ja, da hast du ja recht. Aber das trifft doch für uns Gölsche überhaupt nicht so. Das brauchen wir Halloween doch ja nicht mehr. Wir haben doch fast das Läuven. Und da ist nichts zum Bange machen. Das ist jetzt für sich Freude zu machen. Und das ist jetzt für sich Freude zu machen. Und wenn das nur für ein paar Stunden ist. Ja, also, es macht der Lüge offensichtlich Spaß. Also, wie das angefangen hat mit dem Halloween, da wurde das überhaupt nicht witzig. Und es hat auch mit aller Hille zu tun. Das habe ich gelesen in Irland, wo das ursprünglich hergekommen ist. Da haben die Menschen gelesen, dass in der Nachfahre aller Hille die Seele von der Duden aus dem Kirchhoff kommen. Und zu der Lüge, zu der Familie, nach Hause kommen. Und da haben sie natürlich nicht gewusst, was ist das. Und haben richtig Angst vor ihr gehabt. Und wollten die natürlich dann auch Feen halten. Und da haben sie Maske gebastelt, auch die Kürbisse und so richtig fratzen. Und die sollten die ja erst verdrehen, weil sie nicht wussten, ob die nicht vielleicht auch irgendein Schlimmes mit sich gebraten haben. Ja, das hört sich ja alles logisch an. Einfach erzähl uns, wenn das in Irland so war, wieso geht das dann hier bei uns nach Köln? Also, da fehlt noch jetzt dazwischen. Aus Irland sind ja die Leute ausgewandert. Woher? Na Amerika sind die ausgewandert. Und dann in Amerika ist das richtig rausgeworden. Die haben ja keine Fassenloven. Und dann ist das von Amerika aus wieder hier nach Europa gekommen. Ja, gut. Mit den Spenzen und Jästen. Das hätten die Menschen ja zu allen Züge beschäftigt. Das ist vielleicht eine Begründung. Ja, das ist ein großes, wirklich ein großes Thema. Lass mal doch zuerst von Aller Hill hier noch ein bisschen erzählen. Ja, weißt du, dann ein Zusammenhang mit Aller Hill hier, wo das da die Rewe, ob man dort und weiß ich, ob alle Kirchhöfte, die Grabanlage da geschmückt werden. Ja, das ist ja nicht jedes Mal so wie dieses Jahr, dass man so viel Zick dafür hat. Mietens, also ähnlich ist der Dach für an die Duden zu denken aller Seele. Das ist der 2. November. Und weil einfach an Aller Hill hier eine 4-Dach ist, sind die Menschen dann am Aller Hill hier, der katholische, auf der Kirche aufgegangen. Und das hätten wir so beibehalten. Und in der evangelischen Kirche steht dafür der so genannte Ewigkeit-Sondag. Das sieht man quasi nicht, man sieht dann einfach der Duden-Sondag. Ja, und was ist mit Aller Hill hier? Aller Hill hier ist in der Jägen, die katholisch ist, arbeitsfrei. Es ist so ja eine stille 4-Dach. Also da darf man nicht offiziell zugängliche Tanzveranstaltungen machen. Ja, und das Fest selber, wo geht das her? Also da muss man ein bisschen ausholen. Du kennst doch den Agrippa. Ja, ja, das. Das ist doch der Großvater von der Agrippina. Und die Ubi doch hier in Köln angesiedelt hat. Ja, genau. Das hier war eine Kunde. Da haben wir uns in einem Portklaff und Verzahlt. Also der Agrippa, das ist quasi eine Kölsche. Also das ist eine Römer und katholisch war er natürlich auch nicht. Das konnte er ja nicht sein. Aber das ist ein bisschen eine Kölsche und das stimmt. Der hätte Pantheon bauen lassen. Der schöne runde Tempel mit dem Loch im Dach. Und was hätte das mit aller Helle jetzt zu tun? Ja, muss man. Also das Pantheon, das heißt ja vom Namen aus, kann man das hören für alle Jötter. Die Lüge haben einfach fürchterlich Angst gehabt. Sie hätten die Jötter nicht alle Molde verirren. Und das einer, den man vielleicht ausgelassen hat, dass der einem dann irgendwelche Maletzigkeit schickt hat. Und da haben sie den Tempel für sie alle gebaut. Und dann später kommen die Christen und die haben ja nur eine Jötter gelaufen. Und manchmal haben sie so Tempel dann einfach aufgerissen. Er war das Pantheon und das war einfach viel zu schön. Und dann haben sie dort Russen und katholische Kirche gemacht. Und da haben sie die, die ich dem Maria gewidmet und dem Märtyrer. Und später dann, wie vorher an alle Jötter, an alle Helle. Aha. Und da war ein Kirchweifest. Also wo die Kirche dann praktisch ihre Bedriebe aufgenommen hat, kann man sagen. Und das war dann das Fest aller Helle. Das wurde erst im Sommer geführt. Und irgendein Papst hätte dann auf den 1. November geladen. Und für die ganze Kirche verbindlich gemacht. Das war im 9. Jahrhundert. Und so sind wir an den Vierdach gekommen. Das ist ja sehr interessant. Außerdem ist es ja auch sehr praktisch. Weil dann vorher dunkel ist. Und die Lämpchen am Kirchhof besser an das Lüchten kommen. Und ich hatte halt gedacht, es ist schön, dass es früher düster ist wegen Halloween. Weil man dann ja früher mit dem Spuke anfangen kann. Ja, ja, ja. Und ich als Gespenst durch die Stadt jücke und als böse Jäs oder weiß ich was. Oder als all Gespenst, dass er dann all verschrecken wird. Ja, das war doch jetzt. Aber jetzt ganz im Ernst. Wir haben es eben angesprochen. Die Menschen hier in Köln, gerade wo es so eine katholische Stadt war, haben sich ja erst mit den Jästen beschäftigt. Es ist ja auch ein Frag. Der Duden lief es hier, ob mal dort oder ob in einem anderen Kirchhof. Und wo ist das Ziel? Dafür haben sie sozusagen das Feige für erfunden. Also, das ist ein Reinigungsort. Aber das Ziel, ja, die wollen ja auch eine Leve haben. Also ein Ziel ohne Leve kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und das Problem ist dann die Angst, die die Menschen dafür haben, dass dann ein Ziel geht und irgendwo sich wieder so eine Leve packt. Ja, in Köln gibt es ja auch allerhand von Zellscher, von Duden, Jästen und Gespenstern. Für ein Beispiel die Schifferkirche am Ring. Lüßkirchen, ja, eine ganz besondere Kirche. Aber das wollte ich ja nicht erzählen. Die Reinschiffer, die im Ring versoffen sind. Jetzt sind wir immer so Boote, auch im Ring versenken, abgesoffen. Und damit auch die Matrosen, die dort waren. Und da erzählt man sich, dass einmal im Jahr bei einer Mess, die in der Schifferkirche, Lüßkirchen gehalten wird, die Schiffer dann, die abgesoffen sind, reinkommen und sich an der Mess, ja, dabei sind. Wahrscheinlich haben wir die Seele, ich weiß nicht so genau, aber was hat das mit der Seele mit Sicherheit zu tun. Ja, für beide Labende, die jetzt sind. Das ist einfach jetzt friedlich. Ich meine, das ist ein bisschen gespenstig, wenn man sich das so fürstellt. Oh ja, oh ja. Er ist friedlich. Oh ja, da geht ein paar Verzählscher davon. Einst davon ist, dass der Bürgermeister, jetzt muss ich auch passen, dass ich die Pauwente nicht, es ist Pauwente, hört sich komisch an, es ist ein Geisterverzähl. Also, es waren so ein Bürgermeister, der war echt kniestig. So kniestig, dass die Arme Lüge da drunter liegen machte. Wieso? Es war ein strenger Winter und die Arme Lüge in Kölle hatten nichts zu bieten und sie konnten kein Brot mitkaufen und sie wussten einfach, dass der Bürgermeister, dass der ganze Speicher voll Korn hat. Und dann haben sie darum, ich bitte von dem Speicher, von dem Korn vom Bürgermeister jetzt zu kriegen. Und da hätte er gesagt, warte, ihr wollt von mir gar nicht haben. Ja, wir wollen das ja gar nicht geschenken, saaten sie ganz demütig. Und wir wollen sie ja gar nicht bezahlen, nur der hohe Preis, der ihr haben wollt, da haben wir Geld für. Könnt ihr uns denn nicht jetzt Bälle gelassen? Und was erzählte das Bies von einem Bürgermeister? Ich isch, dass jefe, jefe in den Lever, den in den Müs zerfressen. Je saht ihr dann. Er lebt dann Massenwies, die Könner, die er gelagert hat, ob die Straße verteilen. Und dann kommen uns alle Ritze und Löcher, die Müs und Ratte und haben dann Ratze, Karl, das Korn, was er da gestraut hat, abgefressen. Und daher kommt dann die erste Straf, wie er gestorfen ist. Da ist er auf der Stelle gestorfen und dann kommen wir in einem Führer. Ja, nein, nicht Führer, das kann man nicht verstehen. Also mit einer Kutsch, mit sechs schwarzen Bädern, die Flamme aus den Nüsteren schüttern. Und eine Kutsche um Bock, der gelasene Auge hat. Und der Bürgermeister, der Knieskopf, saß in der Kutsch drin. Und wo praktisch alle Knoblöcher so am Brennen und hat einen Ping. Und dann, wo durch die Straße, ja, und mit danach, versteht sich, so Dinger sind immer und mit danach. Und dann, der kam aus dem Boddumerus, geschossen und ging dann auch wieder in der Boddumerin. So, das war es dann. Und wie es der Zufall, nein, der Zufall, wie es der Drama wieder werden will, gute Generationen wieder, eine andere Bürgermeister. Und da ist das selbe passiert. Es war wieder ganz karg, Ernte, ja, der Sommer war durch, die Ernte war jetzt mies. Und dadurch wurden dann auch der Weizen und der Hafer und Jäsch, wurde alles dürer. Und der Bürgermeister, das war ein Raff, ein Raff, alles. Der hat die Hose voll mit Korn gelagert und der hat sich dann feuer. Und die Kölscher, meistens waren es nicht armlich, die wussten für Hunger nicht immer aus, sind am Bürgermeister. Und dann hat er gesagt, hört uns, Herr Bürgermeister, könnt ihr uns nicht jetzt geben? Was? Ich hätte geben. Ja, wir wollen es ja bezahlen. Wir können nur nicht den Preis bezahlen. Nichts da. Ich hätte das geben. Ihr will nicht lever dem Müs. Und was passiert, was hätte der Drecksack gemacht, er hätte schwarze Kölner auf der Straße ausgestaut. Und ich will euch zeigen, also die haben dann noch gewarnt, da haben die gesagt, nur passt ob, dass es nicht geht, wie Ihrem Führer, der eine Führer, der die Eid verschlungen hat. Ich glaube nicht an die Ester, ich werde durch Zeige und Beweise. Und was hätte die Fräse getan, sie haben auf der Straße dann schwarze Kölner gesehen. Und sie hat sich halt gewundert, wieso Korn schwarz war. Und da kommen auch die Müs und die sind in einem anderen vorweg. Warum? Der hat Pulver, so ein Pulver kam, der schwarze Pulver gestraut. Und da sind sie all dran kaputt gegangen und er war dreckig am Lachen. Und was passiert, die Eid ging ab, er wurde verschlungen und er kam dann wieder raus in einem feurigen Kutsch. Und wo ein Lichterloh am Brennen und sechs Bäder däten in den Dreck und ein Eck Wigger am Eng von Kölle däten im Boden verschwinden. Das war die grausige Geschichte von dem Knies, die Bürgermeister. Boah, das hört sich ja an, wie wann du selbst dabei gewesen wirst. Ja, ich kann das mal fürstellen, wie schrecklich. Ich hoffe auch nicht, dass ich in der Hölle komme oder irgendwoher, wo es fies ist. Also ich löff, das war dann wirklich, wo auch der Överjagg, der was da gebrannt hat, wo ja der lief, aber das ging dann so in der Seele über. Das ist ja so dramatisch. Also der einzige Verzell, der ich kenne, der ist iether bedröf, wie dramatisch, von dem Mädchen oder von der jungen Frau in der Nöde vom Dom. Kennst du der Verzell auch? Ja, ich weiß, was du meinst. Du meinst, der Verzell von den Mellischmädchen. Genau das. Ja, das war so. Der Mann hat einen Namenstag gehabt. Und da sind Freunde alle entladet, und zwar in der Wirtschaft um all der Mahd. Und dann haben sie natürlich gebächert, wie die Kerls ja oft tun, und gegessen und gemüffelt und vor allen Dingen getrunken. Und gut für Mittelnach hatten sie dann ihr Röckelscherwärm und wollten dann nach Hause gehen. Und gut für Mittelnach war dann der Mibes der erste, der hier jungen ist. Gut für Mittelnach. Das war also ein alter Mahd. Und er tät dann, wo du der Mahd lernst, der Burschmauer laufen. Und das hätte dann unser Hannen gewarnt, pass auf, du weißt, ja, der Laufen, vielleicht, das ist matschig und bis fürsichtig und trink doch noch einer mit. Und unter mir bis los und auf der Aldermatt und dann der Burschmauer langs und wir so mitten auf der Straße waren. Ich kam immer auf einmal, jetzt entgegen, so in einer wiesigen Gestalt, in einer Frauengestalt, in einer wiesigen Kleidage, die einfach durchsichtig war. Und durch das Frauengestalt, bis auf die andere Straße seht. Und das war ja dann flüstere, was er nicht verstanden konnte. Und das, das, ja, mache wie so ein kleines Kind und wie er ihnen jetzt erzähle, was er ja nicht verstanden konnte. Und der war so verschreckt und wusste, er dreht sich um Absatz zu kommen und Löwen singen besoffen, der Kopf so gut, wie er kann, klatscht dann auch in der Matsch. Und er aufgestanden, wieder gelaufen, wieder in die Wirtschaft zurück und fing an zu stottern und die andere so aus und noch. Und denke, Mensch, der hätte doch auch schon warm. Miebes, was ist denn passiert? Ich lüfte das nicht. Da, 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 da ist man, die Spenzbejähne. In der wiesigen Kleidage, kunst du durchschlagen, das war am Wimmerer und der hat jetzt erzählt. Ja, was hat er dann erzählt? Ich weiß es nicht, ich habe eine Obregung, nicht gehört. Und ja, es ist ja gut, es ist ja gut, Miebes, bereue ich dich wieder. Nee, ich kann mich nicht bereuen, das war so schrecklich. Und ja, ja, es ist ja gut. Und der Mann ist, der Namensdach hat, sagt, also ich will dir uns jetzt sagen, Miebes, scham dich jetzt. Ich bin es da jeden Tag überhaupt nicht. Ja, und so ging dann der Orffene noch zu eng, jeder ging dann noch raus. Und genau nach einem Jahr, am selben Tag, täten sie sich wieder treffen, weil der Herr Mannes am selben Tag ihr Brotstag hat. Und es war natürlich wieder klar, die Freunde waren wieder all zusammen, wieder besser, der drangt ja so rauf, schütte, was ging. Und wie sie dann so endlich abgefüllt wurde, wurde dann noch bald wieder Miebes nach. Und das war der Mannes, der namenstagskind. Das war also der selben Tag, Hauptsinn am Namensdach. Er sagt so, jetzt will ich euch sehen, dass ich keine Angst für Gespenster an und dass es dir überhaupt nicht gibt. Es ist jetzt gut, wenn Miebes nach ist schon jetzt langs, der Brotschmoor, wo der Miebes sich so komisch benommen hat. Gut, der Mannes ging dann auch los über den Brotschmoor und mitten ob der Straße, so in der Mitte von der Straße, das hat ihm dann wieder so, genau das, was der Miebes erzählt hat, das dem Mannes jetzt passiere. Ein Wieselgestalt, wo man durchschlug und das wieder wimmere und krieche und dann das höre, der hat sich rumdrehen, ging wieder zurück. Aber nicht in der Wirtschaft, er ging nach Miebes zurück, da ist der Schelle, da ist der Schelle und der Miebes macht dann auch ab. Und sagt, ja, was ist denn mit dir? Ich bin gerade hoch nach Hause gekommen. Da darf ich bei dir schlafen, sagt der Mannes. Ja, wieso, was willst du bei mir? Wie süß du überhaupt aus? Mir ist die Wiese Gestalt, von der du gesprochen hast. Es ist wirklich ein Gespenst. Ja, und, weißt du, ja, ich habe sie erkannt an der Stimme. Ja, was war dann passiert? Ja, das ist Liss gewesen. Ach, das Milchmädchen. Ja, das Milchmädchen. Und das hat immer die Milchmädchen beim Verkaufen und zerstrofen muss es dann, als sie Spenser rumlaufen. Und da haben die zwei gesagt, ja, das geht ja nicht. Was machen wir dann? Da haben sie sich ja einig, sie lassen ein Mess. Jedes Jahr am Namensdach vom Mannes ein Mess lassen. Und das wird vielleicht helfen. Und genau so ist es gekommen. Es hat geholfen. Ihr könnt also hübsen das ruhig und mit danach durch den Bewuschmauer. Ihr wisst ja, das geht ja so jetzt höher. Die liegt ja jetzt höher wie die Komödenstraße. Die Komödenstraße war ja vorher eine Giraffe. Und ihr wisst ja, das geht kein Gespens mehr. Boah, das war ja eine spannende Verzähl. Du hast nur noch nicht gesagt, wie die Straß hübsch, wo das passiert ist. Das ist Lanz der Burschmur und dann dahinter geht die Straß der Ägge rum. Ja, das ist richtig. Aber es ist egal, ob die jetzt links rum oder rechts rum. Ja, aber das ist so ein schöner Kölscher Name. Ob Hübsch heißt das Mariengatengasse. Ja, ob Kölsch steht, man macht ja ja das ja. Der macht ja ja das ja. Jetzt sind wir bei der Kölscher Welt. Jetzt fangen wir auch direkt mit dem Sprachkurs an. Der dritte, ob ihr passt. Jetzt wird Kölsch gelehrt. Ja, fangen wir an mit den Vokabeln, die mit aller Hülle hier und mit dem Kirchhof zu tun haben. Der Kirchhof ist der Friedhof. Ja, und der Giraffe, der Giräfer, natürlich das Grab, der Giräfer. Und wo man der Duder dann mitbringen hat, das heißt in dem alle Kölsch der Duderlad. Ja, also eine Sache. Das muss man nicht wieder übersetzen. Erklärt sich von allein. Und es gibt im Kölscher keine Ausdruck für Urne. Warum nicht? Weil es keine Urne jaff. Die Menschen wurden in der Duderlad begraben. Ja, was geht noch um Kirchhof? Es gibt eine Kranz ohne Gesteck. Also nicht Kranz und Gedeck. Ewa Kranz und Gesteck. Und Blömscher und Käze. Ach ja, und eine Schlöpf oder auch ein paar Schlöpf, die an dem Kranz dran sind, wo jetzt Drup steht. Ja. Jetzt sind wir halt ganz lang am Verzellen. Einen schönen Kölscher Ausdruck müssen wir noch erinnern bringen. Das ist nämlich, was man für ein Skelett sagen hat. Das hat im schönen Kölsch ein Knochen geräumt. Das ist doch jetzt, ne? Ja, und damit hören wir uns wieder am Eng. Mit dem Sprachkurs, Leflück, jetzt geht der November. Da geht es viel, ihr denkt, und es wird fieskalt und die Blätter fallen. Es wird früh, früh, düster und spät hell. Und, ja, manchmal geht es ein besinnlicher Zick. Manchmal ist es auch ein bisschen bedroff. Mir wünschen euch, dass ihr richtig jetzt, ja, das erleben könnt. Und, das ist mein Tipp, dass ihr vielleicht auch ohne Stress jetzt, als das ein oder andere Geschenk für Christag kaufen könnt. Und ganz wichtig, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Tschö. Bis zum nächsten Mal.